Musik Schon zum dritten Mal stand das erste August-Weekend in der Steiermark ganz im Zeichen einer sehr fruchtenden Kooperation. Zwischen der Number One am Eventer-Sektor, dem 21st Century House Club und der Number One am Clubsektor, dem Night Flight in Leibniz. Bei Summer Fever versammelten sich hunderte Partyhungrige und rund ein Dutzend DJs im Night Flight und ließen den Summer Vibes ihren Lauf. Musik In der Cocktailbar sorgten der Hausherr DJ Leone gemeinsam mit Mr. 21st Mario Falcone für Summer Feeling Pur. Am Main Floor wurde der Abend von den 21st Century House Residents eingeleitet und nach dem erfolgreichen Warm-up war ein sehr seltener, aber nicht minder bejubelter Gast in der Steiermark am Werken. Was hat dich heute hier nach Leibniz ins Night Flight geführt? Also ins Night Flight hat mich verschlagen der Mario von 21st Century House. Es ist eine lustige Geschichte, wir haben uns über Red Bull kennengelernt. Ich habe für Red Bull einige Termine gemacht in Wien und wurde dann empfohlen von den Leuten, von den Jungs, einer der besten Veranstalter hier, glaube ich, sagen zu dürfen. Der Mario wurde mir da empfohlen und ja, der hat mich eingeladen und jetzt bin ich da. Und ich habe gehört, du hast auch einen neuen Remix rausgebracht. Mein Kollege, der Daniel Heathcliff und ich, haben gerade einen Remix für Garrett Emery gemacht. Das ist Nummer 34 der DJ Mac Weltrangliste oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und der wird jetzt im September rauskommen und wenn alles gut geht, dann sind wir da mit Abstand der stärkste Remix. Also zumindest haben wir das gehört. Wir haben den besten Remix irgendwie bis jetzt gebracht und er freut sich schon sehr auf das Release. Das ist Nummer 34. Das ist Nummer 34. Das ist Nummer 34. Wie viele Mal haben Sie hier gespielt? Ich glaube, wir haben hier viel Zeit gespielt. Vorher vier oder fünf Mal. Und was ist das spezielle Sache bei dieser Location? Es ist ein tolles Club. Es ist so klein, dass man eine gute Atmosphäre machen kann. Du hast ein neues Singel, bitte. Ja, das ist der erste Reihe auf der Austrian-Label von 21 Centrum Haus. Es ist unsere Summer Wipes EP. Auf dieser EP findest du Zulukid, Zulukid, Suckmai, Dynamo und Dance with me. Und jetzt gehst du auf dein Geek und wir hören uns dieses Nummer. Natürlich. Du hast ein neues Singel, bitte. Ja! Frem hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.